Und ich mache den Fokus, weil du ein bisschen bleibst, da musst du dich in den Blütschern bedrohen. Ja, und dann habe ich noch etwas gedacht. Ich brauche ein favor. Ich brauche die Maserati. Geh über hier! Jetzt! Ich brauche die Tür ab. Geh zurück! Hier ist das Baggage. Es ist ein Fehler. Was ist in dieser Garage? Schau dich! Wir haben eine Möglichkeit, und wir werden es nutzen. Late Shift ist ein Thriller, ein Heistfilm. Aber wir gehen über das hinaus. Es geht um Entscheidungen. Und eigentlich möchten wir den Zuschauer dazu anregen, sich Gedanken über Konsequenzen seines Handels zu machen. Bond Street. Sorry mate, that's much right. Bond Street, here. Look, it's on the other platform mate. Which platform please? Just through there. Thank you. Fuck. Bei Late Shift guckt man einen normalen Film. Der läuft. Man hat einfach so alle Minuten, zwei Minuten die Möglichkeit abzustimmen oder zu wählen, wie sich der Hauptdarsteller verhalten soll. Was er sagt, was er nicht sagt, was er tut, was er nicht tut. Wenn man nichts macht, wenn man einfach zuschaut, dann geht der Film auch weiter. Also das filmische Erzählen bleibt eigentlich immer da. Bond Street. Bond Street, it's on your platform. Thank you. Du kannst dein Gegenüber totschießen oder du kannst ihm vergeben. Du kannst versuchen zu vertrauen oder du kannst skeptischer bleiben und so weiter. Und das sind alles Möglichkeiten, die du hast, aber wir konfrontieren dann mit entsprechenden Konsequenzen. It's just for tonight. I'll be back before two. Before one. Wir hatten diese Idee, den Film interaktiv auszugestalten und wir haben dann einen kurzen Pilotfilm gemacht. Das war vor gut drei Jahren. Und als wir den beisammen hatten, haben wir einfach gemerkt, wie gut die Leute darauf reagieren. Und das hat uns dann eigentlich die Motivation, aber auch den Mut gegeben überhaupt in ein solches verrücktes Projekt einzusteigen. Wir haben auch gemerkt, wir können nicht nur einfach eine Software auf den Markt stellen und hoffen, dass irgendjemand das braucht, sondern wir brauchen einen Case. Wir müssen einen Film machen, zum zeigen, dass das als Erlebnis zum Schluss funktioniert. Und deshalb haben wir beide Dinge machen müssen, also die Software, weil es gab nichts Vergleichbares. Und wir deshalb auch Investoren anziehen konnten, die sich nicht nur für Film, sondern auch für Technologie interessierten. Von dem her hatten wir eine gute Durchmischung von Filmförderung, aber auch technologieaffinen Leuten, die in das Projekt investiert haben. Also es war angedacht als Mobile Entertainment. Dass es dann auch ins Kino kam, hat verschiedene Gründe. Einerseits lässt die Förderlandschaft Schweiz nur das Fördern von Kinofilmen explizit zu. Also man muss mindestens die Absicht haben, ins Kino zu gehen. Und das andere ist halt, dass wir immer wollten, dass unser Produkt nicht als Game, sondern eigentlich als Film wahrgenommen wird. Und deshalb haben wir auch stark darauf hingearbeitet, dass man ihn wirklich als Kinofilm quasi ernst und wahrnimmt. Theoretisch sind es Abertausende von möglichen Varianten, die man durchleben kann, wenn man es rein mathematisch anschaut. De facto würde ich sagen, guckt man den Film vielleicht zwei-, dreimal und dann noch ansatzweise gewisse Schlüsse vielleicht oder so. Um möglichst alles gesehen zu haben. Job hit! Daher liegen vier Stunden Material, drei Stunden Musical Score, 180 Entscheidungen, nochmal mindestens 200 Entscheidungspunkte oder Branchings, wo die Story auseinander geht, die nicht auf individuelle Eingabe der Zuschauer beruhen, sondern die auf bereits gefällten und alten Entscheidungen beruhen. Und die Geschichte und die Charakterentwicklung so stringent zu halten. Wir haben uns einige Gedanken dazu gemacht, wie funktioniert das, wie können wir eine stringente Charakterentwicklung zum Beispiel zulassen, wenn wir gleichzeitig quasi einen Teil der Hoheit über die Geschichte dem Zuschauer übergeben. Solche Dinge hat uns angetrieben. Auch die Frage Plot und Subplot. Können wir das gleichermassen weiterverwenden, so wie das normalerweise verwendet wird? Oder geht das jetzt eher nicht? Wir haben uns jetzt stark vom Subplot distanziert in diesem Fall. Also wir erzählen eigentlich alles quasi immer mit dem Hauptdarsteller. Könnte man aber jetzt auch in einem nächsten Film vielleicht ein bisschen ausprobieren, das mehr aufzuweichen. Also hier beginnt das Drehbuch zum Beispiel, ganz klassisch, wie halt so ein Drehbuch-Artschart. Aber dann geht es auseinander, man sieht die Option und dann wird es halt total auseinandergeschachtelt. Und alle diese Dinge sind halt einzelne Segmente, die auch wieder so gedreht werden müssen. Und deshalb ist es auch verständlich, weshalb die Leute da zuerst mal ein bisschen Berührungsängste hatten. Warum hast du das gemacht? Weil ich dachte, dass ich es kann. Continuity ist viel schwieriger bei so einem Projekt, weil die Segmente müssen zueinander passen, dieser Schluss muss zu drei neuen Anfängen passen und so weiter. Also das ist alles ein bisschen komplizierter. Die Musik ist ein Riesenthema, weil die Szenen sind dynamisch lang. Je nachdem, was ich entscheide, geht die Szene länger oder kürzer. Trotzdem muss die Musik wie ein normaler Filmscore funktionieren und sie darf ja nicht irgendwo abbrechen. Und trotzdem muss sie sich wieder verändern, sobald die Emotion auch wieder ändert. Also wir haben einen eigentlich dynamischen Gamescore gemacht, der aber so gut sein und so gut klingen muss wie ein normaler Filmscore. Warum hast du das gemacht? Weil ich dachte, dass ich es kann. Wir haben verschiedene Segmente zusammengekettet und zu kleinen Geschichten zusammengezogen. Zum Teil ist es mühsam, die Kamera in einen Gegenschuss zu nehmen, weil dann das ganze Licht wechselt. Und dann muss man sich überlegen, bleiben wir jetzt bei dieser einen Variante der Geschichte und drehen ihn aus allen Richtungen ab. Das ist für die Schauspieler einfacher. Oder sagen wir, nee, wir machen alle Varianten der Geschichte aus dieser Richtung und dann bauen wir um auf die andere Richtung und machen dann wieder alle Geschichten durch. Das ist einfacher für die Technik, aber es ist schwerer für die Schauspieler, um konsequent zu bleiben, dass die Stimmungen stimmen und so weiter. Ich kann es nicht geben. Ich kann es nicht geben. Ich kann es nicht geben. Also bittest du mich dafür? Du bist nicht der erste, um es zu sterben. Es gibt viele von euch vorher. Du hast dein fucking Mind. Late-Schiffs zusammenzuschauen ist wahrscheinlich etwas spannender oder lustiger als alleine. Es war für mich ein Schlüsselmoment, als wir das zum ersten Mal als Test-Screening gezeigt haben. Und zwar die ersten paar Entscheidungen war klar, dass es laut wird im Saal, dass die Leute mitgehen und dass irgendwie wie mit dieser Gruppe, die da zusammen eine Schicksalsgemeinschaft bildet und gemeinsam auf ein Ende zusteuert, dass das irgendwas Verbindendes hat, was spannend ist. Es ist in dem Saal. Ich habe letzte Nacht den Kasten geklappt. Und wir ganz sehr unterschiedliche Enden anbieten. Und mit dem, dass wir wirklich auch die Entscheidungen konsequenzenreich ausgestaltet haben, merken die Leute früher oder später, mindestens beim zweiten Mal gucken, wow, okay, das tut sich auf und da passiert was und das wird anders. Und ich glaube, das ist das, was spannend ist. Es wird auch spannend sein zu sehen, was machen andere Filmemacher jetzt mit der gleichen Technologie und auf welche Ideen kommen sie und wie interpretieren sie das und entwickeln das weiter. Harvard-Police, stay away out! Ver, da, da, da! Ver, da, 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 da mit mir!